80 Prozent aller Kunden sind Frauen und weil Männer Frauen nie verstehen, hat diesen Markt eine Feng Shui Künstlerin gestaltet. Bei den Kassen sind wir völlig neue Wege gegangen. Hier an den Kassen gibt es keine Zigaretten, keine Süßwaren, keine Aufbauten. Blumen liegen mir besonders am Herzen. Deswegen fahre ich auch jeden Morgen zum Großmarkt, kaufe die schönsten Blumen für meine Kunden ein. Unsere Mitarbeiter sind das Wichtigste und liegen uns ja am Herzen. Am Anfang wurden sie gefragt nach ihren Wünschen und Träumen. Diese durften sie auf einen Zettel aufschreiben und dieses wurde dann in unserem Herzstück des Marktes in der Obst-Gemüse-Abteilung eingemauert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017